Hallo liebe KeyCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KeyCat 6. So, in diesem Video möchte ich euch noch ein paar niedliche Funktionen hier im Footprint-Editor zeigen. Wir sehen ja jetzt hier, unser Nullpunkt ist hier auf die 1 festgelegt. Sollte es mal nötig sein, dass ich diesen Anker hier verschieben muss, dass ich den also woanders haben möchte, kann ich hier dieses Werkzeug auswählen, Ursprungsanker verlegen und ich wähle jetzt mal meine Teilen jetzt, nehmen wir mal diesen Punkt hier unten in die Mitte und ich sage OK und ihr seht, wird also der Mittelpunkt, hier ist unser Nullpunkt vom Koordinatensystem, ihr seht es auch unten vielleicht, naja gut, hier unten in dem Bereich sehen wir die Koordinaten, also wenn ich hier draufgehe, sind wir bei 0,0 und der Footprint wird entsprechend da hin verschoben. Ich gehe wieder zurück, ich möchte das da auf der 1 haben. Das ist noch eine ganz nützliche Funktion. Wir können dann noch in unserem Footprint Sperrflächen hinzufügen, sollte das nötig sein. Also ich gehe dann auf dieses Werkzeug, kann das dann anklicken, kann jetzt hier sagen, ob ich jetzt hier Innenlagen fernhalten möchte oder auf welche Lagen das überhaupt wirken soll und kann dann hier einstellen, ob hier via Sliderbahn oder wie auch immer fern gehalten werden sollen. Das ist zum Beispiel bei dem Funkmodul, was ich schon mal vorgestellt hatte, dieses DRA 818 als Schaltplan-Symbol. Abgezeichnet ist das vielleicht ganz gut hier zum Beispiel die Leiterbahnen fern zu halten, weil die Fläche unterhalb dieses Funkmoduls ist zum Beispiel eine Kühlfläche. Da sollten wir jetzt nicht unbedingt Leiterbahnen oder wir es da unten drunter durchgehen oder sich befinden. Soweit dazu haben wir diese Funktionen. Dann haben wir noch die Möglichkeiten, hier uns mittels eines Wizard, also hier einer Hilfe, uns einen neuen Footprint schnell zu erstellen. Auch das möchte ich hier nochmal vorstellen. Ich wähle jetzt hier wieder meine Tutorial an und verlasse jetzt in dem Sinne indirekt den Footprint. Ich speichere nochmal vorher kurz. Das sehe ich gerade so. Also ich wähle hier meine, das Vorgehen dazu ist, ich wähle meine gewünschte Library an, in der ich diesen Footprint mit dem Wizard erstellen will. Ich klicke hier oben auf Footprint, neuen Wizard erstellen. Diesen Button finden wir hier oben auch im Menü. Und ich nehme jetzt hier mal zum Beispiel S-Dip. Wir sehen, ich kann jetzt hier für verschiedene Footprint oder Package-Typen hier mir automatisch meinen Footprint generieren lassen. Also hier FBC, QFN, SOIC. Und ich nehme jetzt mal hier dieses S-Dip. Und ich gehe hier drauf und sage, okay. Jetzt wird hier so ein Wizard erstellt, oder aus diesem Wizard heraus ein Feld erstellt. Ich mache das hier mal Crull oder machen wir es gleich als Vollbild. So, ich ziehe das hier mal noch ein bisschen zusammen. Wir haben jetzt also hier erst mal die Pads. Da kann ich hier verschiedene Pad-Werte einstellen. Also ich sage, ich möchte jetzt hier nur zum Beispiel nur 8 Pads statt 24 haben. Sobald ich das verlasse und hier reinklicke oder ins nächste Feld hineinklicke, sehen wir, wird das sofort angepasst. Ich kann jetzt hier sagen, den Row Count. Da gebe ich jetzt mal bewusst was Falsches an. Beim Dip gibt es ja nur 2. Wenn ich jetzt hier was Falsches angebe, verschwindet mein Wizard. Dann weiß ich sofort, aha, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen. Machen wir also hier wieder 2. Dann können wir den Pad-Abstand hier einstellen. Das ist in dem Fall hier jetzt 2,54 Millimeter. Ich könnte jetzt aber meinetwegen auch, wenn das nötig wäre, 2,0 Millimeter nehmen. So, dann haben wir die Pad-Werte und so weiter und so fort. Die Länge kann ich jetzt also hier einstellen. Ich kann auch die beiden Reihenabstände hier ändern. Meinetalben auf, ja, nehmen wir es auf 9 Millimeter mal. Ja, dann sehen wir, wird das sofort angepasst und ich kann das dann hier alles einstellen. Zum Body, hier kann ich noch verschiedene Liniendicken einstellen, ob der Silkscreen inside ist oder outside sein soll, etc. Dann haben wir hier die Einstellung soweit vorgenommen und ich kann jetzt hergehen und sagen, an den Editor exportieren. Dann taucht der hier drin auf in meinem Footprint-Editor. Wenn ich jetzt hier runtergehe, wird er auch schon in der Bibliothek, die ich angewählt hatte, angelegt. Wir sehen das jetzt hier. Sind beide, habe ich schon mal einen Probehalber hier angelegt gehabt. Also wir sehen das jetzt hier, ist er angelegt. Und ich kann jetzt hier noch diverse Feinschliffe vornehmen, um meinen Footprint noch endgültig anzupassen. Und dann ist der schon erstellt, funktioniert mit solchen Wizards eben nur für diese vorgegebenen Footprint-Typen, die da, wie ihr es gerade gesehen habt, in dem Auswahl-Dialog. Aber damit kann ich halt sehr schnell und auch hervorragend einen, vor allen Dingen auch syntaktisch oder, ja, syntaktisch richtigen und korrekten Footprint erstellen. Soweit dazu. Damit wären wir jetzt hier eigentlich im Wesentlichen durch. Die restlichen Funktionen, die ihr hier noch so findet, zum Beispiel, ich gehe jetzt mal hier auf diesen Footprint mit der Taste E. Also hier, Freihauung, Überstreibung, individuelle Grundformen. Da könnt ihr mir gerne dazu schreiben, ob ich da nochmal ein Video dazu machen soll. Dann gebt mir das in die Kommentare. Ansonsten lasse ich das jetzt hier erstmal weg. Ihr könnt auf alle Fälle mit dem Footprint-Editor jetzt eure eigenen Footprints erstellen. Weiterhin ist mir noch etwas aufgefallen. Und zwar an einem importierten Footprint. Dazu gehe ich mal hier auf meine Funkmodule, die ich mal erstellt habe. Und ich öffne jetzt mal hier so ein DAA 818. Dazu hatte ich ja bereits das Symbol erstellt. Und hier ist jetzt der Footprint dazu. Und da möchte ich euch also Folgendes zeigen. Ich gehe jetzt mal hier auf den Footprint-Prüfer und wir sehen, es kommt doch ausnahmsweise mal eine Fehlermeldung. Und zwar der Typ passt nicht. Also der Footprint-Typ ist SMD, erwartet wurde aber eine Durchsteckmontage. Also der Fehler liegt hier drin, dass hier SMD-Pads verwendet wurden. Und aber eine Durchsteckmontage erwartet wurde. Ich kann jetzt hier sogar hergehen und sagen, ich mache jetzt hier ein SMD-Pad mal. Das erstelle ich mir jetzt einfach mal. Ich sage jetzt, was weiß ich, die Pad-Nummer soll mal 30 sein. Das ist mir egal. An dieser Stelle sage ich jetzt OK. Und jetzt möchte ich mal so ein Pad einfügen. Und wir sehen, es ist nicht dieses Pad. Es ist also kein SMD-Pad, sondern das ist ein Durchsteckmontage-Pad. Und wenn ich jetzt sogar noch mal den Footprint-Prüfer laufen lasse, da erhalten wir sogar noch eine Fehlermeldung. Nämlich, dass dieses Durchsteck-Pad, also die Pad 30, ich zoome mal hier, ich schiebe das hier mal ein bisschen hoch, ich zoome mal hier ein bisschen rein. Wir sehen jetzt auch hier den Fehlerpfeil, dass es nicht mal ein Loch hat. Es ist ja auch richtig so, dass dieser Fehler besteht. Also das ist unser Footprint-Prüfer. Der schlägt hier doch schon bei einigen Regeln zu. Nicht bei allen Sachen, aber hier schlägt er zu. Ich schmeiße das mal wieder raus. Warum entsteht jetzt diese Fehlermeldung? Diese Fehlermeldung entsteht jetzt dadurch, da muss ich mal hier auf die Pad-Eigenschaften gehen. Das war halt früher im KiCat 5 so nicht vorgesehen, sondern das ist jetzt erst neu im KiCat 6. Wir haben jetzt hier den Bauteiltyp. Und hier kann ich den Bauteiltyp auswählen. Und der steht standardmäßig durch die Importierung auf Durchsteckmontage. Und deswegen muss ich den umstellen auf SMD. Sage hier auf OK. Lass jetzt noch mal meinen Prüfer laufen. Prüfungen starten. Und wir sehen, jetzt haben wir hier auf alle Fälle auch keine Fehlermeldung. Das noch als Hinweis. Ganz, ganz wichtig. Damit ihr hier, solltet ihr mal auf so eine Fehlermeldung stoßen, das gleich beheben könnt und wisst, wo ihr suchen müsst. So, dann haben wir jetzt folgendes. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Eine schöne Funktion, die gab es früher im KiCat 5 auch nicht. Eben hier Sperrflächen zu erzeugen. Unter diesem Funkmodul, das wird ja warm, ist jetzt halt die Problematik. Möchte ich eine Sperrfläche haben, dass mein Autorouter zum Beispiel oder irgendwelche anderen Programme jetzt hier nicht irgendwas positionieren. Und ich will auch selber nicht den Fehler machen, hier vielleicht eine Leiterbahn durchzuführen. Und deswegen kann ich jetzt hierher gehen und mir so eine Sperrfläche erzeugen. Diese Sperrfläche, die erzeuge ich mir jetzt mal hier innenseitig innerhalb dieser Pads. Weil das ist also im Wesentlichen die Kühlfläche. Ich gehe dazu hier ein bisschen, ich mache mal das Raster noch ein klein wenig kleiner. Gehe jetzt also jetzt hier auf diese Seite. Das Modul ist jetzt hier so groß wie das Silkscreen. Ich setze das hier ein bisschen weiter nach innen. Jetzt werde ich hier gefragt, wo ich diese Regelbereichseigenschaften festlegen möchte. Natürlich auf der Kupferoberseite, weil da sehen wir auch, das sind die Pads. Das heißt, auch da wird das Modulpunkt montiert oder festgelötet. Deshalb wähle ich das da drauf aus. Und ich möchte jetzt hier also Leiterbahnen fernhalten, Vias fernhalten, die Pads fernhalten. Und ich könnte jetzt hier Footprints fernhalten und Kupferfüllungen sperren. Dann würde hier also keine Kupferfüllung erzeugt. Die möchte ich aber doch haben, dass ich doch vielleicht noch ein bisschen eine Wärmeableitung habe. Soweit dazu. Jetzt kann ich mir hier nochmal einen Bereichsnamen vergeben, wenn ich das möchte. Und ich kann mir hier die Darstellung anzeigen lassen, hier als Gitter oder vollständiges Gitter. Wir machen das hier mal als angedeutetes Gitter. Und jetzt kann ich hier also meine Fläche zeichnen. Ich weiche hier nach unten. Zeichne das jetzt hier nach oben, also hier auf die dritte Ecke. Und jetzt kann ich Rechtsklick machen, Umriss schließen. Dann wird also dieser Umriss geschlossen. Mit nochmal Rechtsklick oder Escape kann ich jetzt beenden. Und damit hätte ich jetzt eine Sperrfläche erzeugt. Das heißt, diese Sperrfläche wird mit importiert, wenn ich diesen Footprint auf einer Platine positioniere. Wird diese Umrandung, diese Sperrfläche mit importiert. Und ich habe jetzt dadurch die Möglichkeit, hier versehentlich keine Leiterbahn mehr hindurchzuführen. Das soll es dann gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß und bis demnächst. Ciao.